hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem let's play von happy wheels und wir wollten heute mal die vorgeschlagenen levels hier zocken fangen wir hier bei dem ersten an oder irgendein anderes fangen wir doch lieber oben an die wheels ne lass mal wir zocken das obere lohn lohn ho ho und jetzt lohn das kauf um mich lohn Ok Lol Come? Tito Lol Alter, dimme a pizzo lol 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 Haha Auch verloren Oh mein Gott, hat der Idiot mich erschrocken Idiot, verpiss ich mal Oh Gott Na, na Ah, ok, auch cool Ach Ich glitsche einfach so immer durch Wände, ne Ok, kommt ihr auch nochmal so ein Idiot? Ne, ich fahr runter Ja, das, das war mir klar Das war mir doch klar Da Das war mir doch klar Da 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 Ja Alles klar Schrei dich ruhig tot Oh Gott Was kommt eigentlich da oben runter? Ne, jetzt hab ich mir schon die Beine gebrochen Jetzt muss ich Restarten Ok Woher kommt der im Blut? Mein Gott Oh Alles klar Oh Ah Ok Lol 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 Was ist das denn? Was ist das denn? Gebräktens oder so? Was ist das für ein Vieh? Ist ja voll Lol Ok My Tyrrell Attack Ok Ach, das kennen wir doch Fail 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 Oh Ah ja, kommen sie schon Verdammt Ach man Ich kann so schlecht werfen mit den Teil Verdammt Ja, ich hab keine Bälle mehr Ja, ich hab keine Bälle mehr Doch Ich hab zu Nein Ja ich schreibe Loring-Level ich habe gespannt ich warte Ruhl gut Ruhl ist langweilig das ist langweilig verdammt nochmal ach Gott mein Gott ach da haben wir doch was na endlich Tobias ein Daniel Tobias Mitri Entei was hat das mit Tobias zu tun Tobias Level ich weiß nicht ob die für mich sind best friend Tobias ist mein BFF Best Friend Forever was sagten wir denn fangen wir mal oben an es gibt aber gar nicht gar keine mehr so was ist das jetzt hier für ein abgefucktes Level wo ach so es kann sein dass der runter muss das stimmt ok das versuche ich jetzt langsam so lange es mein kind ist es egal wo wo ach geht doch auch gut das ist schon mal geschafft Tobias was wie Täter Tobias Mitri ist das das ist das ist nochmals englisch ähm Ende was ist das hier für ein Fail und dive vor D mhm oh oh lol lol was sind das denn für Lanzen stehen bleiben gut ja alles klar stopp lesen perfekte lololololol okay Medien schließlich auch irgendwie steuze aufs Se Philipp ist wort in der es ist mat ihm nach Ple� Lobiert auch nicht Chef dafür sprach verst mit d d Okay, das wird bestimmt jetzt Spaß machen mit dem Das sieht doch schon irgendwie besser aus oder nicht? Okay, das ist LOL Das ist LOL Tobias Banner My best friend forever is Tobias Fail Fail Oh man Oh Ja, ist klar Ich hatte doch mein Helm auf Was ist denn dann für ein Shit Bricks? Lol, 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 lol Ehh, Fußbälle Was machen die Drüsen denn hier? Ehh Lol Alles klar Was mache ich denn hier überhaupt? Okay Äh, naja Leute, ich danke euch fürs Zusehen Wir sind's dann im nächsten Part wieder von Happy Wheels Danke fürs Zusehen Tschüss, bis zum nächsten Mal Alles klar Tschüss Schwarzen Sch reached Die Kratively овой Ka Falls Baum tipo